Buongiorno meine kleinen Macaronis zu einem neuen Part und den letzten Part für diese Aufnahmesession von Mario Kart 8 Online. Wir haben eben gesehen wie die Instrumentalpiste ausgewählt wurde und ich bin voll heiß drauf. Yeah, alleine weil es hier mal in der Bude so mega heiß ist, dass ich schon schwitze wie ein Schwein. So, jetzt werden wir doch mal die beiden Affen hier kalt machen und dann werde ich mich verpieseln. Aber so schon mal nicht. Äh. Sie müssen sterben. Meine Fresse, ey! Meine Fresse! Langsam wird's nervig. Bum! Ach, komm! Meine Güte, ey! Boah, Steuerung, Alter! Ach, scheiß aufs Gleiten. Wau! 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 Buh, buh, buh! Buh, 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 buh! Ah, dieses Geschlonsene. Buh, ne? Du, 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 du! Der ist nervt, Hilfe! Ich habe Angst! Ich kriege Zustände! Wow Ja, geil, genau so wollte ich das haben So und nicht anders Was mir jetzt gerade auffällt ist Was ich schade finde ist, dass es kein Buhu mehr als Item gibt Random einem Spieler was klauen Finde ich schade Das fehlt mir so ein bisschen Alter, wie lenkst du denn? Was soll das? Ich hab mir auch gleich klemmen können Die abkürzend war ich schon immer scheiße übrigens Hast du gesehen, wie zielsicher er den hier weggewerben hat? Natürlich Na klar Ich werd sofort wegge... Geöfft, wenn ich jemanden berühre Aber die anderen, die können mich tausendmal an ne Banane berühren Da passiert nichts Ist das das Normalste von der Welt? Wie kann ich auch Fairness erwarten, wenn ich online fahre? Hier Siehst du? Mich trifft man sofort über Bande Aber die anderen nicht Warum auch? Ja, Meckern auf hohem Niveau Oh, ich weiß Meine Güte Die kam genau richtig Meine Güte, ey Autsch Ich freu mir Na, na Blackbild, äh Blackpicture Da gefällt mir nichts von Hab ich auf nichts Lust Ich mach mal Fragezeichen War es dir auch noch einfach ab? Hey, Jan ist weg Warum? Warum? Bruder Hallo, ich wollte... Ja, hallo Hallo Blaugewandte Lady Beautiful Lady Eine Strecke wurde ausgewählt Hätte ich nicht gedacht Der Ladedonaut aus Walden Bruder kommt aus Australien Chile haben wir auch dabei Kanada Oh, Kanada Ähm, Luichi Schnabulierer Affen Ja Und den Deutschen Bäh 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 Äh Alter Irgendwas stimmt nicht Da waren zweimal Schaukelpferdchen Wihuhuhuhuhuhuhuhu Äh Warum nicht die 8? Wird doch voll cool Da hat sich gerade was gedreht Oder irre ich mich? Ach, was weiß ich Sau egal Au Ach, schwindel Bäh Bunker Ja Ich hab geklaut Bäh Fette Sau Bye bye Schlauze Buh 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 Bäh 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 Boah, wie die alle da runterfallen Ach Juli Warum tust du mir das an? Ich bin doch ein großer Fan eures Landes Wie geil, dass da runter mir vorbeifliegt Au Au Super Super Alter, Münzen Wai 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 Hilfe Wird verfolgt Ja Sehr schön. Ach, das war ein Vogel. Ich hatte schon Angst, dass ich irgendwo jetzt reinbretter. Oh, siehst du? Insofern geht das wieder los. Scheiß verkackte Drecksmünze. Der letzte hat eine Acht, habe ich gesehen. Darauf kommt der Blooper. Wow, ich sehe gar nichts. Hilfe. Wow, den habe ich nicht gesehen. Toll. Geil. Verpiss dich. Mann, Alter, was soll das? Es tut mir leid. Dieser Kackreifen. So, jetzt wir Kontonors bewahren. Ganz ruhig. Alles cool, alles easy. Wie gut, dass ich das nur beim Zocken erlebe. Du guckst es dir freiwillig an. Selbst schuld. Ach, hier, komm. Fragezeichen. 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 Viel Glück. Ich möchte ja nur mal was auswählen. Beep, 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 beep. Hatten wir es nicht irgendwie schon mal? Irgendeine Nationalität vergessen? Nö, alle dabei. Der Jakob oben rechts erinnert mich irgendwie ans Arsch und Rumpel. Ich weiß nicht warum. Oh, hab ich das für einen YouTuber erwähnt? Nein! Was? Yeah, die alte Wacken mit dem Arsch. Alte Schwerkel. JD. JD. Ja, der kommt da dran vorbei. Wow. Oh, ich hab meine Banane verloren. Was wollt ihr hier? Wow. Wow. Boom, 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 boom. Weg damit. Ah, Arschloch. Wow. Bäh. Es wäre auch zu schön gewesen, mal jemanden zu treffen auf diese Distanz. So, ich muss mal kurz meine Brille zurecht zuppeln. Da bin ich wieder voll dabei. Einmal noch kratzen unter dem rechten Auge. Ja, das rechte Auge hat gezuppelt. Ah, was soll's? Hast du das gesehen? Ich habe meine Banane selber zerstört. Oh, ich bin erster. Cool. Was? Alter. Alter. Oh. Ich will da und die Pöler fliegen. Das ist unglaublich. Wow. Ist so. Was sollt ihr das, Alter? Manchmal verstehe ich die Welt nicht. Wieder die Ruhe bewahren. Jetzt muss ja nicht jedes Let's Play mal mit Agro enden. Eigentlich schon, aber auch egal. Ich war da so gut dabei. Die Pflanzen machen mir mal Angst. Angst. Das sind doch die ersten drei Pilze, ey. Das ist schon ein bisschen fies. Komm, geh mal vom zweiten runter. Damit ich den mal verpassen kann. Jetzt habe ich den Boost nicht gekriegt, aber egal. Yeah. Habe ich gehört. Ja. Diese scheiße Münzen, ey. Das ist doch eine Seuche. Eine Banane ist mir lieber. Wo ist der Dicke? Da ist der Dicke. Hinter mir, der Dicke. Da, wo er hingehört. Hinter mir. Ja. Volles Risiko. Ich war dann natürlich, hey. Come on, yeah. Gesiegt, yeah. Disco. Das war schon mal Disco sind. Ich war schon ewig nicht mehr rausfeuern. Ein richtiger Gamer. Schuhfall. Irgendwas wollte ich gerade... Ach ja, genau. Ich habe aber wieder ziemlich viel Müll. Kommt gerne mal vor. Ich hätte gerne jemanden dabei, mit dem ich quatschen kann. Eine Retro-Strecke folgt nun, von der ich ein bisschen enttäuscht bin, weil man nicht zum Schloss fahren kann. Das würde ich sehr gerne tun. Ach ja, einmal zum Schloss fahren. Seit N64. Ah! War natürlich voll die Absicht. Scheiße. Habe ich echt zu früh gedrückt? Kann man mir gar nicht vorstellen. Guck das an, wie ich fast niemanden treffe. Mit diesem Scheiß-Item. Mann, du fettes Stück. Algengrütze. Oh, das war ja mal... Boah, mega peinlich. Ey, ich darfst du keinem zeigen, den Scheiß hier. Alter. Hilfe. Hallo. Hallo. Boop. Wow. Oh. Hilfe. Ich sehe ihn, aber realisiere es erst gar nicht. Alter. Und schön, wie ich wieder nicht das Item stoppen kann. Nein! 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 Ich hasse es! Nein! Nein! Nein, das gibt's nicht! Scheiß-Connect! Ich verbinde mich gleich mit deinem Gesicht und zwar Faust-Tal! Oh, ist jemand online! Jamie, bla bla bla. Alter, sie sind viele. Die fahren gerade, ja toll, da will ich nicht wieder mitfahren. Ja, leck mich. Scheiße! Komm, weißt du was? Wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir einmal regional! Yeah! Mal gucken, wie andere Deutsche fahren. Außer Can oder Sim... 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 Sim-Giii! Sim-Tus-Giii! Ha! Voll regional! Mit Norwegen, Österreich, Belgien und Frankreich. Das ist sehr regional. Oder bezieht es sich regional auf Europa? Ich weiß es nicht. Ist ja eigentlich auch Wurst. Müsste eigentlich sein, ne? Passt ja auch, glaube ich. Du bist beim nächsten Rund dabei! Yeah! Spannung pur! Chris-Ka-Utz! Cut! So, und da sind wir auch schon wieder. Der Cut ist vorbei. Halleluja! Freude, Freude, Jubel, 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 Freu, Freu! Mit einer völlig neuen Runde. Ich weiß nicht, wie die alle fahren werden. Und ich nehme einfach mal zufällig, weil ich auf die ganzen Strecke gerade keinen Bock habe. Ich gebe mein Bestes! Dann Marci! Ob mein Bestes reichen wird, das werden wir gleich sehen. Und Alter, ich schwitze wie ein Schwein. Ist so tierisch warm. Dieser Part wird der letzte Aufnahme sein. Habe ich nicht ganz eineinhalb Stunden voll. Aber egal. Ich gehe kaputt hier. Hi, juhu! Komm schon! Fragezeichen! Bitte Fragezeichen! Nein! Nicht schon wieder Disco! Ich habe keinen Bock auf Disco, ey! Läggs mir on the dash! Fünf Deutsche! Yay! Daniel, Izzociro, Chris und Rulz! 2014! Dann wollen wir mal! Miau! Wuhu! Habe ich nicht die letzte Strecke schon gefahren? Ich weiß es nicht! Jetzt ist schon wieder fünf Minuten her! Vielen Dank an den wunderbaren Disconnect! Der hat mich voll aus dem Konzept geboxt! Richtig geboxt! Aber egal. Don Marci wird hier. Das alles geben! Ich bin der Partie der Spiele! Bits! Alter, wie das hier abgeht! Wuhu! Meine, wow! Diese Münzen! Wer von euch hasst die Münzen auch? Ich hasse sie! Für die, die es noch nicht bemerkt haben. Schreibt mal in die Kommentare! Und jetzt mal wirklich in die Kommentare schreiben! Ich will jetzt gerne Kommentare! Wer findet dieses Münz-Item so unglaublich scheiße? Das war ja bescheuert, ey! Wuhu! Glück gehabt! Das ist doch wirklich... Das ist doch kacke! So oft wie das einem alles verhunzt! Das ist unfair! Das ist jetzt nicht rumflämmen oder sonst was! Es ist einfach ein Scheiß-Item! Und wie wunderbar wenig weit die Banane fliegt! Es ist ein Traum wie eh und je! Und wie gut, dass der nicht für mich bestimmt ist! Ich habe einen roten! Wuhu! Alter! So ein Arsch! Oh, Münzen! Er haut da mich einfach weg, der Penner! Das ist nämlich persönlich... Norweger! War doch in Norwegen, oder? Ich hab keinen Plan! Wenigstens in der Hinten weggewärmt, damit ich die Verfolgung erstmal los bin! Wauu! Komm schon! Ja! Bats! Und noch einmal! Ja! Ich bin gemein, ich weiß! Gemein sein ist meine Passion! Ein Klecks, der mich nicht mal richtig stört! Geil! Jetzt kein Blauen! Ich bin happy! Oh yeah! Sehr schön! Sehr schön! Hurra! Ich freue mich und drehe wieder völlig durch, weil ich einfach einen anderen Schüssel habe! Schischi ist durch! Und... Ja, egal! Ich lese jetzt gleich den Namen vor! Man sieht sie sowieso nicht nur auf dem Gamepad! Das ist immer so doof, aber egal! Ich lese jetzt mal! Die haben gar nicht schon viele Punkte! Muss man ja immer sagen! Ich hab sie abgeledert! Yes! Wer hat das gesagt? Das muss mein aufgekratztes Ich sein! Ich hab Bock auf was Süßes als Abschied! Das ist mein letztes Rennen! Und alle verpissen sich! Ich bin etwas nervös! Hallo! Jetzt sind wir hier 8 Mies! Einer muss noch auswählen! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Jahr ran! Die haben jetzt Götan Geht doch! Bist eingepennt! Oder was? Und nichts Süßes für den Don! Da für eine Röhrenraserei! Yeah! Donmashi! Die Deutschen sind noch alle dabei, das ist cool! Kommt auf meinen Channel! Yeah! Zwickle! kann. Alter, ich sollte mal vielleicht einen Arzt konsultieren. Geht aber gar nicht, was ich hier labere. Boah. Au. Boah. Münzen. Oh ja, wie ich sie liebe. Boah, du dummes Muschigrippe. Oh. Oh ja, geil. Und ich kriege Münzen. Oh, ich freu mich. Ja, und noch mehr Münzen. Was will ich dir dann aufholen, wenn ich Münzen sammeln kann? Ach, fahr doch zu, Alter. Bist ja schon auf den besten Weg dahin. Meine Güte. Mein letztes Rennen soll keine Schlappe sein. Keine Schlappe, Nudel. Hachi. Es tut mir leid. Eigentlich nicht, aber egal. Ich wollte nett sein. Und ich gehe nochmal aufs Dach. Schadenfreude haben, bevor man selber welche kassiert. Das ist die die Wiese. Scha, 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 scha. Ja, ich komme ja auch öfters mal einfach runter, ab vom Weg. Daniel, macht dir nichts draus. Wie schön ist die Pflanze, die Piranha-Pflanze dreht, wenn man sich selber dreht. Sieht immer voll cool aus. Und da ist die auch schon wieder weg. Alter. Hast du das gesehen? Der Sack wollte mich abschießen. Die arme Banane. Die haben beide keine Items. Sehr gut. Daniel. Daniel. Ich bin gekommen, um dich zu holen. Ah. Aber nicht so. Yes. Warum? Mann. Diese kleine Arschkrampe. Das muss sitzen. Nein. Was soll das? Mann. Boah. Leck mich. Was war das für eine Scheiße? Boah. Ich bin nicht aggressiv. Nein. Überhaupt nicht. Boah. Ich habe mich ein Blauer. Boah. Mann. Was ein scheiß Abschied. Boah. Ja, ich will jetzt weg. Boah. Blöd. Blödes Ende. Bin ich nicht mehr zufrieden. Mann. Das ist gemein. Wie ein Schwein. Das gibt Rache. In der nächsten Aufnahmesession. Das war's für heute. Mit diesem Part. In dem Sinne. Arrivederci, meine kleinen Macaronis. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Und hoffentlich mit ein paar mehr von euch Zuschauern. Ich werde es wie immer kurz vorher ankündigen. So ein paar Tage vorher. Ich werde dann vielleicht jedes Mal ein kleines Info-Video raushauen auf YouTube. Ich habe keine Ahnung. Info-Video auf Facebook posten. Und so weiter und so fort. Und um noch einmal kurz Werbung zu machen für Schilderinnen auf Wi-Fi. Da kommt demnächst ein Info-Video. Wahrscheinlich nach meinem Umzug. Nach der scheiß Innovierung. Einfach vorbeischauen. Link werde ich wieder einmal posten. Wie in jedem Mario Kart Online Part. In dem Sinne. Arrivederci. Erneut meine kleinen Macaronis. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession. Im nächsten Part wieder. Tschö-tö-tö.